Oh, hinter mir. Oh, mir ganz egal, sie kommen jetzt, ich guess. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Im heutigen Video gibt es nur eine Waffe, die mein Bruder ganz lieblich Glatzenklaus nennt, ja? Und zwar Glatzioklasmus und ich kann es verstehen, warum er ihn so nennt. Und ich nenne ihn seitdem auch so, seitdem er es gesagt hat, ist um einiges leichter auszusprechen, hört sich echt funny an. Von daher, mein Glatzenklaus-Roll ist hier mit Kickstart, da hat es noch im Rutschen, Projektionszünder, Kleinkaliber und Meisterwerk auf Ladezeit. Also das ist mein persönlicher God-God-Roll. Genau so würde ich sie haben wollen, wenn ich sie selbst bekomme. Man kann natürlich auch noch auf mehr Schlagkraft gehen, aber ich finde mehr Reichweite doch ein kleines bisschen besser in meinen Augen. Mehr Schlagkraft habe ich schon ausgebildet, aber ich finde das hier um einiges geiler bei Fusionsgewehren. Wie es bei ihm hier ist, weiß ich nicht genau, muss ich herausfinden. Dazu haben wir natürlich Ladezeit von 920 dafür, plus Rückstoßrichtung 93, was mega nice ist. Von daher, ihr wisst, ich bin nicht der größte Fan von Fusionsgewehren, aber mit dem Ding hier, das muss ich unbedingt testen. Ich bin mega gespannt drauf, wie es performen wird. Von daher, ich würde sagen, wir haben genug geredet, ab ins Gameplay, let's go! Ich habe gehofft, das reicht, ich gibst du. Das war schlecht von dir. Das war schlechter von ihm. Nein, ich will es leiden, ich habe es leid schon drauf. Der Feind hat Zone D eingenommen. Der Feind hat den Zonenvorteil. Ich habe ihn. Okay. Ah! Interesting. Das ist leid, das ist leid. Finden die es genauso lustig wie ich? Safe, oder? Ja, ja, doch, 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 doch. Die müssen das genauso lustig, finde ich. Oh, shit, da kommt ja noch eine Nade runter. Ah! Einen Versuch, was wehrt, okay? Vielleicht, vielleicht, vielleicht spiele ich ein bisschen öfter Fusionsgewehr. Oh! Okay. Gut, aber one. Tschüss! Oh, shit. Ich glaube ihn. Was deinem Gegner das Licht ausgepustet. Oh, er ist auch noch zu B gelaufen. Das ist One-Shot. Können wir mich einfach in Ruhe lassen? Ich habe ein fucking Fusionsgewehr. Der müsste im Schild stehen. Ich bin für mich sehr süß. No! Hätte ich mir den gegönnt. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich bin scheiße. Mit der neuen Quest muss ich später machen. Oh, ja. Oh, ja. Nein! Nein! Der Millimeter, das kann nicht wahr sein. Oh, hätte ich mir den Triple Kill so gegönnt, ne? Oh. Aber er kommt... Oh, nein. Der Feind hat dich besiegt. Okay. Komm, holen wir noch. Let's go! Das Fusionsgewehr ist insane, Alter. Du hast den Zonenvorfall. Na gut, der war low. Ha! Das probiere ich gar nicht erst. Er war doch noch drin. Ich dachte echt, er ist runtergelaufen. Ich bin sehr optimistisch. Wir wissen das alle. Dankeschön. Ich habe mich nebengeschossen. Wuhu! Ich bin ein Idiot für den Versuch. Das Fusionsgewehr ist ekelhaft. Ekelhaft! Gut! Ja, es war der Vortief, aber ich habe es umgestellt. So hast du es ihnen gezeigt. Wuhu! Ohohohoho! Ist das Ding unfair? Ja. Da komme ich schlecht dran. Habe ich gerade ne Clan-Anfrage von Beast Pirates bekommen? Alter! Oh! Let's go! Dieses Fusionsgewehr! Oh, der, der Bubbele. Ich beneide deine Stärke, Dieter. War ich scheiße! Oh mein Gott! Drei Minuten. Hehehehe. Oh fuck. Alter, was habe ich noch? Ich verlange nur den Sieg! Nein! Der lässt du! Ach man! Ohohohohoh, ich habe zwei! Es sind wieder zwei da. Ich habe zwei da. Zweifache Hälfte. Das Typs! Genau das ist. Das ist eins. Zwei für eins. Zu schnell wieder weggewechselt, Kopi! Oh! Kappel! Oh mein Gott Der liebt mich, der liebt mich, der liebt mich Was? Was? Er hat das überlebende Millimeter Let's go Oh mein Gott No Es ist ein Fuhel, ah ich bin gestern Ist der, Bro? Ichi, 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 ichi Millie, bitte In uns So hast du es ihnen gezeigt Und schon war erloh Hatte das Aufladen abgebrochen Ich weiß die liebeste, aber ich wollte gar nicht so weit draus leiden Ich muss ihn erstmal finden Oh ja, hab ich gemacht Waffen wird nicht laden Hey Er steht doch daneben Er steht doch daneben Also du kannst dir ab jetzt theoretisch sicher sein Dass wenn neue ExoWaffle kommt Am nächsten Tag das Video live ist Ich versuch diese Schiene zu fahren Hab ich das verkackt? Oh mein Gott, hab ich das verkackt Er genauso Ah Oh ja Bitte schieß Oh mein Gott Bin schrückgelaufen Fuck Dieses Fusionsgewehr, ne? Wo ist das bitte erlaubt? Ja Ja So Oh Hinter mir Oh mir ganz egal Sie kommen jetzt Oh 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 Alles gut. Oh mein Gott, wie besser. Hab keine Special mehr. Boah, es ist doch nicht connected. Aber die Special wird bekommen. Ich habe 34 Feeds, 309. Also das Fusionsgewehr ist absolut unfair. Ohne Scheiß jetzt. Das ist komplett unfair mit dem Roll. Das hat so eine Range. Feuert so schnell. Alter, ich lieb's. Ich brauch das. Ich brauch das unbedingt. Jeder braucht das. Oh mein Gott. Ich bin gar nicht. Das hat's nicht mehr. Geht wo du mit. Komm mal runter. Ich bin gar nicht bash. Halleson charged.